Hawaii, ein Land, das Sehnsüchte weckt. Eine Reise, die Spuren hinterlässt und ein Lebensgefühl heraufbeschwört, das Aloha heißt. Eine eigene Welt mitten im Pazifik, so mitreißend. Hier fühle ich mich einfach am lebendigsten. Aloha ist ihr Lebensgefühl und so viel mehr als das ewige Klischee. Hier steht Kamiomakai, Kinder des Ozeans, das sind wir. Die gewaltige Natur der Inseln befeuert Lebenslust und Augenblicke, die die Welt vergessen lassen. Das ist ein Hammerhai. Wahnsinn. In unserer Kultur bedeutet das Glück. Was dieser vielbeschworene Aloha-Spirit wirklich bedeutet? Wir treffen erstaunliche Menschen mit ihren Geheimnissen und Leidenschaften. Ihre Geschichten so spannend, so überraschend wie das ganze Land. Diese Kulisse ist ein Versprechen. Sie fasziniert Menschen aus der ganzen Welt. Genau hier auf Oahu in Honolulu startet unsere Reise. An diesem legendären Strand, der unsere Vorstellung von Paradies geprägt hat. Jeden Morgen schaut Beachboy David hier auf die Liebe seines Lebens. Ohne sie kann er nicht sein, für sie schlägt sein stolzes Herz. Ihr Name? Waikiki Beach. Dieser Strand bedeutet mir alles. Er ist meine Geliebte und meine Frau. Sie gibt mir Essen, sie kümmert sich um mich und sie zahlt meine Rechnungen. Was für eine wunderbare Frau. Seit über 30 Jahren ist David Morgans einer der Ersten am Strand und sortiert seinen Abschnitt für die Touristen. Er verleiht Surfbretter, räumt auf und lebt hier am Waikiki Beach jeden Tag sein Aloha. Was bedeutet Aloha denn für dich? Aloha bedeutet alles. Liebe, Hallo und Auf Wiedersehen. Alles, was gut ist, bedeutet Aloha. Beachboys wie David gehören zu Waikiki wie der freundliche Plausch am Morgen. Sie sind Helden und Seelentröster. Sie flirten gern und halten sauber, was sie lieben. Denn wenn das Meer seine Wellen an den Strand spült, soll das Wasser genauso sauber zurückfließen. Der Ozean ist mein Spielplatz und mein Friedhof. Ich werde da draußen beerdigt, genau wie meine Brüder und mein Vater. Ich könnte niemals woanders leben. Er kann davon leben, reich wird er damit nicht. David ist so etwas wie Waikikis Chronist. Seit Jahrzehnten sieht er den steten Wandel, aber auch das, was Waikiki bis heute geblieben ist. Und manchmal, zwischen Flirtversuch und Feierabend, denkt er wehmütig zurück. Ich bin an diesem Strand geboren und aufgewachsen. Er hat sich leider für die Touristen verändert und nicht für die Einheimischen. Die kommen gar nicht mehr. Als ich hier groß wurde, haben wir hier Feuer gemacht und gekocht. Das geht alles nicht mehr. Hier geht's heute ums Geld. Das meiste dient dem Kommerz. Den Duft seiner Kindheit aber trägt David genauso in sich wie die unerschütterliche Liebe zu diesem Ort. Hinter ihm verschmelzen Strand und Großstadtleben. Honolulu ist eine Metropole und eine der teuersten Städte der USA. 70 Prozent der gesamten Bevölkerung Hawais leben hier. Brachiale Hotelklötze, Bürohochhäuser und Einkaufspassagen. Millionen schwere Amerikaner und Japaner investieren hier seit Jahrzehnten, treiben die Preise in absurde Höhen und verändern das ursprüngliche Honolulu so für immer. Viele Einheimische haben da längst den Anschluss verpasst. Das Tempo der Größenwahn Honolulus hat sie irgendwann überrollt. Jobs sind schwer zu kriegen. Was allen bleibt, ist der Strand. Doch viele suchen ihr Glück lieber auf den anderen Inseln. Auf Big Island, der größten Insel des Archipels im Osten, treffen wir einen, der sein Schicksal in die Hand genommen hat. Eine Geschichte, maßgeschneidert für Hawaii, wo nicht nur Aloha überall in den Alltag der Menschen dringt, sondern auch diese betörende Landschaft. Wer Hawaii verstehen will, muss ihn verstehen. Zig Zane ist eine Insellegende und lebt den Aloha-Spirit mit Inbrunst. Er hat es geschafft, aus einer Parodie wieder etwas Ursprüngliches zu formen. Ich sehe viele Menschen, die überhaupt keine Verbindung zum Hawaii-Hemd haben. Sie gehen ins Geschäft, kaufen halt eines und denken sich nichts. Aber wenn wir uns mit den Stoffen, den Mustern beschäftigen und alles zusammenfügen, schärft das unseren Blick und stärkt unsere Tradition. In den 70er Jahren veredelt der Autodidakt das Billig-Souvenir aus Polyester wieder mit den traditionellen Mustern und stößt damit in eine Marktlücke. Heute verkauft Zig seine Aloha-Shirts auf der ganzen Welt. Jedes Muster hat eine Bedeutung, eine besondere Geschichte. Wir wollen so unterschiedliche Aspekte unserer Kultur in den Hemden verewigen. Für Zig gehört eben alles zusammen. Leben und Tod, Natur und Familie, alles verflochten, das ist sein Sinnbild für Hawaii. Mein Spirit ist hier drin, während ich flechte. Es ist unser Spirit, den wir beschützen müssen, damit ihn uns niemand raubt. Alles gehört zusammen und kann nicht ohne einander. Dieser Glaube verleiht uns und unseren Familien Gleichgewicht im Leben. Zig will die Traditionen Hawais, ihre Ahnen und Insel Götter ehren und daraus eine Zukunft für sein Land gestalten, so empfinden viele auf Hawaii. Sie wollen nach vorne schauen, in dem sicheren Gefühl, dass beides nur zusammen geht. Und so zeigt uns Zig einen besonderen Platz im Wald. Dort findet er Inspirationen für neue Muster und verleiht seinem großen Respekt vor der Natur Ausdruck. Hawaianer betreten nicht einfach so den Wald. Sie erbitten Erlaubnis, in dem sie, wie Zig, singen und so von ihrer tiefen Verbundenheit mit dieser Landschaft erzählen. Die große Bedeutung von Aloha ist doch, dass wir nur mit der Natur leben können. Mit der Landschaft, mit den Bergen und natürlich mit dem Ozean. Deshalb ist Aloha so ein großes Wort. Ob die Touristen an all das denken, wenn sie bei Zig ein Hawaii-Hemd kaufen? Doch uns wird auf dieser Reise immer klarer. Hawaiianer brauchen Natur und den Ozean. Und auf Maui kommen sie da besonders auf ihre Kosten. Noch so eine Inselsschönheit, dünn besiedelt, weit weg vom Lärm des Waldes. Auf Maui aber treibt eine Frage alle an den Strand. Wann kommt die perfekte Welle? Hier, am berühmten Ho-Oh-Keeper-Beach, treffen wir die erfolgreichste aller Big-Wave-Surferinnen. Paige bezwingt die kleinen Wellen genauso wie die lebensgefährlichen Giganten. Da draußen fühle ich mich einfach am lebendigsten. Du lebst dort für den Moment und hast nur die Welle im Kopf. Alles, was du hinter dir hast, dein gesamtes Training, all die Zeit, die du im Wasser verbringst, bündelt sich in dieser einen Welle. Im Grunde spürst du dein ganzes Leben in diesem Moment. Und genau dann fühle ich mich am allerglücklichsten. Wer Paige surfen sieht, ahnt, dass sie schon auf dem Brett stand, als sie gerade laufen konnte. Hier, an diesem Strand, hat sie ihren Instinkt für Wellen entwickelt. Ho-Oh-Keeper, das ist der Strand, an dem ich aufwuchs. Es ist mein Zuhause und wahrscheinlich der Platz, der mir am meisten am Herzen liegt. Ich liebe es, jeden Tag hierher zu kommen und alle meine Freunde zu sehen. Paige lebt mit ihrem Freund Sean und Labrador Mocha ein paar Kilometer vom Strand entfernt in einem kleinen Haus. Ganz bodenständig, ganz bescheiden, wie so viele ihrer Generation. Und obwohl Paige eine der ganz wenigen Frauen weltweit ist, die sich überhaupt in 30 Meter hohe Wellen wagt, kann sie von ihren internationalen Preisen nicht leben. Für Männer bringt jeder neue Rekordsponsoren und Werbeverträge, für Paige nicht. Aber die 29-Jährige kann damit umgehen. Auch so eine Facette dieses Aloha-Spirits. Hang loose, sei entspannt, bleib einfach am Boden. Ich habe viele Hochs und viele Tiefs in meiner Karriere, immer diese Probleme Sponsoren zu finden. Ich war oft niedergeschlagen, weil ich immer dachte, warum verdiene ich das nicht? Aber diese Täler erinnern mich stets, in mich hineinzuhorchen und dankbar zu sein für das, was ich habe. Gemeinsam mit Freund Sean betreibt Paige eine Werkstatt für Surfboards, um sich finanziell über Wasser zu halten. Die beiden reparieren und bauen vor allem auch Boards für die gewaltigen Wellen, die Jaws, in denen es schlichtweg ums nackte Überleben geht. Keine Frau auf dieser Welt weiß besser als Paige, wie solche Bretter gebaut sein müssen, damit sie mit den Monsterwellen kämpfen kann. Jaws sind die technisch anspruchsvollsten Riesenwellen, die es gibt. Manche kann man leichter packen, indem man sie gerade ausreitet. Aber in Jaws musst du in der Lage sein, in der Welle den Kurs zu ändern und zu halten. Das fordert Paige körperlich seit Jahren alles ab. Der Grad ihrer Fitness, das ständige Training unter Wasser, um bei einem Sturz in der Welle möglichst lange die Luft anhalten zu können, entscheidet am Ende über Leben und Tod. Wenn die Welle ihren Rachen öffnet, geht es für Paige um alles. Wenn du in der Welle stürzt, dann ist das brutal. Wie bei einem Autounfall oder in einer Lawine. Du verlierst jede Kontrolle und wirst hin- und hergeschleudert. Für solche Augenblicke musst du die größtmögliche Fitness mitbringen. Paige hatte bis heute Glück. Die vielen Kreuze aber draußen am Ho-O-Kipa-Beach erinnern an jene, die es nicht geschafft haben. Fabian, 38, Steve, 24, Betty, 17. Ich habe jedes Mal Angst. Die Big Waves zu surfen, ist vermutlich das furchteinflößendste, was man machen kann, wenn sich da plötzlich eine 30 Meter hohe Welle vor dir auftürmt. Aber gleichzeitig fühle ich dann die größte Euphorie, das größte Glück meines Lebens in mir. Ich liebe das sehr. Nichts stärkt und beglückt dich mehr, als deine Ängste zu besiegen. Hierfür also lebt Paige. Für den Rausch von Sekunden. Auf Hawaii folgen sie eben ihren Leidenschaften, unaufhaltsam. Im Süden von Oahu erleben wir diese Kraft auf eine besonders eindrucksvolle Weise. Vor Sonnenaufgang treffen wir zwei Instanzen dieses Landes. Sie empfangen uns am Strand. Bumpy und sein Neffe Brandon wollen uns traditionell segnen, bevor wir ihre Welt betreten. Diese erste Begegnung wird zu einer Andacht im Morgengrauen. Bumpy und Brandon sind Kämpfer für Hawaii. Ihre Segnung ist eine besondere Ehre und erzählt viel über ihre Sicht auf Aloha. Wir wollen euch auf unsere Weise segnen und euch so den Geist von Aloha zeigen. Er soll euch auf allen Wegen begleiten. Vielleicht ist es nicht überall so nett wie hier bei mir. Und dann klatschen wir die Sonne herbei. Denn die Segnung ist erst dann vollendet, wenn sie den Ozean berührt und wir alle hineintauchen. Klatschnass und beseelt öffnet sich da für uns wieder ein neuer Horizont in diesem Land und ein Tor in ihre Welt. Eine Protest-Siedlung. Brandon ist hier der Regierungschef im echten, im für sie einzigen Hawaii. Ihr habt gerade eine internationale Grenze überschritten. Eigentlich müsstet ihr jetzt eure Pässe zeigen, aber wir lassen euch so hinein. Seit gut 20 Jahren kämpfen Brandon und seine Leute für ein unabhängiges Hawaii, das sich endlich von den USA lossagen soll. Am Fuß der Berge, mitten im Dschungel, hat man ihnen Land zugewiesen. 84 Einwohner, eine eigene Regierung, geduldet von den USA. Brandon ist der Hoffnungsträger derer, die ihre Sprache erhalten und ihre Identität wieder stärken wollen. Ich bin die nächste Generation. Ich bin verantwortlich für unseren Kampf. Denn dies hier ist der einzige Ort auf der Welt, an dem wir uns wirklich wie Hawaiianer fühlen. Hier fühlen wir uns sicher. Hier fühlen wir uns zu Hause. Unsere Vorfahren sind hier bei uns. Sie erinnern uns an die Zeit von 1893 und tragen uns dahin zurück. Der Palast von 1893 steht heute noch in der Hauptstadt Honolulu. Die letzte Königin von Hawaii regiert damals von hier. Doch die Amerikaner putschen sie vom Thron und annektieren Hawaii wenig später. Denn schon damals ist Hawaii für die USA ein militärisch wichtiger Stützpunkt im pazifischen Raum. Ausgerechnet hier liegen Jahrzehnte später durch den Überraschungsangriff der Japaner amerikanische Kriegsschiffe versenkt am Boden von Pearl Harbor. Das Mahnmal der gesunkenen USS Arizona und der Gefallenen wird zum Sinnbild eines amerikanischen Traumas. Noch heute verliert das gesunkene Schiff Öl, mitten in Hawaii, das 1959 endgültig zum 50. Bundesstaat der USA gemacht wird. Seither fühlen sich Bumpy und Brandon als erzwungene Amerikaner im eigenen Land. Jeder Hawaiianer ist ein Mix aus vielen Nationalitäten. Hawaii ein buntes Kaleidoskop aus Minderheiten, die das Beste aus allen Welten für ihr Land wollen. Aber Brandon will das eben ohne die USA und sucht Mitstreiter. Ich habe schon vor den Vereinten Nationen gesprochen. Wir vernetzen uns von hier aus mit anderen Ländern. Von hier aus wollen wir unsere Position klar machen und noch mehr Hawaiianer herlocken. Das hawaiianische Erbe bewahren. In diesem Gefühl stemmen sie sich gegen die Herrschaft der USA und versuchen hier ein Miniaturmodell für die große Vision zu schaffen. Ein buntes Hawaii, weltoffen, aber auch so autark und unabhängig wie möglich. Doch Brandons Einsatz erscheint ihm selbst manchmal einsam. Ich muss doch meinen hawaiianischen Brüdern und Schwestern helfen. Vielleicht können sie eines Tages ihre Jobs kündigen und hier arbeiten. Dann können wir gemeinsam weitermachen und ich bin hier nicht so allein. Brandon vertraut auf die Kraft seiner Herkunft, seiner Wurzeln und setzt für uns eine Teepflanze. Die Teepflanze hält den bösen Spirit immer von euch fern und zieht den guten Spirit an. Was bedeutet Aloha denn für dich genau? Das, was wir durch unseren Aloha-Spirit erleben, ist Furchtlosigkeit. Hawaiianer sind furchtlos. Wenn du keine Angst hast, kannst du wirklich lieben, mehr als jeder andere, weil du nicht befürchten musst, dass dir jemand diese Liebe raubt. So leidenschaftlich die Menschen auf Hawaii sind, so impulsiv ist auch das Fundament, auf dem sie leben. Wir reisen in den Osten Big Islands, wo Vulkane, aus deren Eruptionen ganz Hawaii einst entstand, heute noch rumoren und kochen. Meist schiebt sich die heiße Lava in den Ozean, aber vor ein paar Jahren ändert sie den Kurs und wälzt sich plötzlich auf das Hippiestädtchen Pahoa zu. Sie nimmt Gebäude mit, aber ganz kurz vor Monas Haus macht sie plötzlich Halt und liegt heute erstarrt da. Als die Lava auf uns zukam, hatten meine Kinder und ich natürlich Angst. Aber ich dachte nicht, oh Gott, jetzt verlieren wir alles. Denn wenn ich so denken würde, wäre ich doch ein elender Mensch. Ich habe also Frieden mit der Lava geschlossen und gedacht, okay, sie wird uns also das Haus nehmen. Ich betrachte das einfach als Opfer für Hawaii, das so gut zu uns war. Und dann stoppte die Lava plötzlich direkt hier und floss weiter Richtung Pahoa. Die Lava wälzt sich damals über etliche Gebäude. Häuser müssen evakuiert werden, aber die Menschen in Pahoa nehmen die Dinge, wie sie sind. Alles endet irgendwann. Warum also Sorgen? Warum beeilen? Auch Pahoa lockt nach Hawaii, weil es ein Sammelbecken für Hippies, Aussteiger und ziemlich schräge Vögel ist. Auch ihr Lebensmotto eine bunte Mischung aus Karma und Aloha. Das hier ist doch alles auf Lava gebaut. Wir alle leben auf einem Vulkan und die Leute haben das längst respektiert. Man müsste beim nächsten Mal vielleicht versuchen, den Kurs umzuleiten. Viele Leute sagen, dass wir durch diese ganze rohe Lava hier so ein gutes Karma haben, weil sie so pur auf uns strahlt. Glaubst du daran? Ja, das tue ich. Sarah war früher Lehrerin in Chicago, aber das Leben war ihr dort zu schnell und zu laut. Mit Freunden betreibt sie in Pahoa nun seit vielen Jahren ein Café mit Museum. Touristen verirren sich fast nie hierher, aber wen kümmert's schon? Hauptsache, das Karma stimmt, egal was kommt. Die Menschen, die hier leben, haben die Lava irgendwie fast willkommen geheißen. Als sei das eben der natürliche Lauf der Dinger. Alles andere wäre nicht anständig gewesen. Klar, am Anfang war ich hysterisch, weil ich evakuiert wurde und mein ganzes Zeug packen musste. Aber dann hatte ich vor allem ganz schönen Respekt. Urvertrauen in den Lauf der Dinge? Das ist typisch für Hawaii, für die Menschen, die hier leben. Sich nicht so wichtig nehmen, weil doch alles einer größeren Ordnung unterliegt. Die Fahner erobern sich ihr Refugium zurück und die Welt dreht sich weiter. Heute gucke ich auf die Lava und weiß, das Leben ist eben ein Kreis. Es kommt und geht und verändert sich, also wen kümmert's? In 100 Jahren steht das Haus sowieso nicht mehr, also machen wir lieber den nächsten Schritt. Und das haben sie. Auf einer großen Wiese, die der Lavastrom nicht erwischte, feiern sie aus Dankbarkeit seither wöchentlich ein großes Musikfestival für alle in der Region. Und alle kommen. Aus Unheil einfach etwas Gutes machen, jeden Mittwochabend. Und irgendwo weiter oben an der Küste ergießen sich währenddessen gluth heiße Lavaströme in den Ozean. Feuer und Wasser. Himmel und Hölle. Über Jahrmillionen war Hawaii eine geschützte Welt fernab aller Kontinente. Und so sind hier heute noch Wüsten, Vulkane und Regenwälder genauso beheimatet wie Berge und Dschungel. Aufgrund der idealen Bedingungen wächst im Westen der Insel in Kona eine Pflanze besonders gut. Wir treffen dort einen Deutschen aus der fernen Eifel. Jochen fand hier die Landschaft seines Lebens, ein kleines, großes Paradies. Über viele Umwege ist er hier vor zwölf Jahren auf der Kaffeeplantage gelandet. Als Kaffeehaus-Stratege war ich da schon mit 15 in kleinen Cafés. Aber in der Eifel, genau. Später ging er nach New York als Werbestratege für Luxuslabels. Ein temporeiches Leben am Anschlag. Doch heute durchpflügt er die Bohnen so seelenruhig, wie sein Leben langsamer tickt. Er besuchte damals etliche Fortbildungen. Und bei Fragen gibt es ja immer eine Lösung. Wie auch alles im Leben, ob man jetzt die Bremse am Auto selber wechseln will oder einen anderen Haarstiel zulegt, da gibt es immer ein YouTube-Video, die einem das die Sachen noch erklären. Und das Schöne ist, wir haben also auch viele Leute hier aus anderen Ländern. Wir haben engen Kontakt mit jamaikanischen Kaffeebauern und Südamerikanern von Kolumbien. Und die bringen also auch immer wieder neue Know-how, wo wir also auch von profitieren. Als Jochen mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter die Farm auf Big Island kaufte, da lag ihnen der 11. September in New York noch so schwer auf der Seele, dass ein Tapeten ein Lebenswechsel für sie damals fast zwingend schien. Dabei war der Anfang hier auch nicht immer leicht. Wenn man es dann wirklich so da landet, dann sieht man auch die Sachen sehr paradiesisch. Und das hilft einem über die ersten schweren Jahre hinweg, wo man merkt, dass hier also auch, um Geld zu verdienen, hart gearbeitet werden muss. Man fühlt sich auch sicherer. Und gerade in dieser Zeit, wo wir unserer Tochter ein gewisses Landleben geben wollten und auch selber ein bisschen Ruhe nach New York haben wollten, hat uns das sehr angezogen. Jochen hat sich auf seiner Farm mittlerweile eingegroovt. Das Geschäft mit seinem Kona-Kaffee läuft gut. So gut, dass er von Diego einen befreundeten Kaffeefarmer zukauft, der genauso handverlesen produziert wie er. Die Nachfrage nach seiner Marke ist groß. Jochen kommt allein mit seiner Produktion nicht mehr hinterher. Da hilft es, dass auf den Inseln vieles per Handschlag geht. Und so haben die beiden einfach ein Tauschgeschäft vereinbart. Was ist das für ein Tauschgeschäft? Was gegen was? Der Diego kriegt meinen alten Jeep und er gibt mir dafür Kaffee. Das ist üblich. In vielen Sachen ist das hier wirklich so üblich, ja. Und das Geschäft ist per Handschlag. Und wir leben auf einer Insel und da kann man nicht lügen und da kann man auch keinem ausweichen. So Vertrauen wir uns halten. Vertrauen, ja. Aber der Deutsche in ihm liegt da trotzdem nochmal nach. Dennoch, es ist diese hawaiianische Leichtigkeit, die für ihn so bestechend ist. Hier darf er sich treiben lassen. Ein Plausch zwischen den Kaffeesträuchern beflügelt den Tag. Aus kleinem, großes machen, das lernt man auf Hawaii. Wir haben ständig irgendwelche Tiere, die schon durch die Füße laufen. Oder Freunde, die vorbeikommen, die ein Bier trinken wollen. Oder jemand, der anruft und sagt, hey, service ab, kommst du an den Strand runter. Und das macht das Leben einfach viel angenehmer. Kona Kaffee aus Hawaii ist stark und exklusiv. Davon lieben Jochen und seine Frau ganz gut. Mittlerweile hat seine Tochter Hawaii verlassen und studiert in Kanada. Die beiden aber leben hier ihren Spirit von Aloha. Etwas, das offensichtlich alle Menschen auf diesen Inseln eint und im Norden von Oahu besonders spürbar ist. Aloha ist hier für jeden immer auch so etwas wie das rettende Ufer. Wir begleiten eine junge Frau hinaus aufs Meer, die ein rettendes Ufer gar nicht nötig hat. Aber ein paar Schutzenge vielleicht schon. Das hier ist die Welt von Ocean, so heißt sie übrigens wirklich. Meinen ersten Hai habe ich mit sieben Jahren gesehen. Ich war völlig vernarrt, völlig verliebt in ihn und bin ihm gefolgt. Sie sind die einzigartigsten Meerestiere für mich. Sie studierte Meeresbiologie und spezialisierte sich auf Haie aller Art. Sechseinhalb Minuten hält Ocean die Luft an. Fast unwirklich, wie eine Meerjungfrau, gibt sie sich diesem Universum hin. Ich verbringe mehr Zeit mit ihnen unter Wasser als mit meiner eigenen Familie. Sie sind meine Familie. Und je besser ich sie kennenlerne, desto mehr erkenne ich, wie tolerant sie gegenüber Menschen sind. Mein Respekt für Haie wächst jeden Tag ein Stück mehr. Ihr ganzes Leben widmet sie dem Schutz der Haie und betreut Forschungsprojekte auf der ganzen Welt. Doch ihr Aloha findet sie nur hier in ihrer kleinen Welt vor Oahu. Jeden Tag ist sie unter Wasser, meist stundenlang völlig angstfrei, als wäre sie eine von ihnen. Ich versuche, ihr Verhalten, ihre Bewegungen so gut es geht nachzuahmen und ihnen aber auch so viel Raum zu geben, wie sie brauchen. Denn ich besuche ja ihre Welt. Sie sind nützlicher und viel eleganter als ich da unten. Ocean will auch uns dem Team zeigen, wie besonders es mit Haien unter Wasser ist und erklärt uns die Regeln. Als sich einige von ihnen gerade für das Boot zu interessieren beginnen. Bloß nicht spritzen, sagt sie. Arme immer am Körper halten, keine Fingerspreizen, sonst verwechseln sie euch mit Tintenfischen. Mich verlässt ziemlich schnell der Mut beim Anblick der Haie an der Wasseroberfläche. Torsten, der Kameramann, aber macht sich bereit, wenn auch skeptisch. Ich weiß ja nicht, wie sie reagieren, wenn ich da im Wasser bin. Doch der Spirit von Aloha, dieses Urvertrauen, scheint in diesem Moment selbst auf ihn zu wirken. 26 Haie tummeln sich da unten. Und ich da oben denke, was soll nur werden. Es ist wunderschön. Da unten sind heute sehr viele, wirklich sehr große Haie. Und dann nimmt Torsten allen Mut zusammen, taucht hinab und sieht mit Ocean Prompt ein ganz besonderes Exemplar. Der Schaft. Ich hab'n Hammerhai gesehen. Wenn du Zeit mit ihnen verbringst, merkst du, wie unglaublich Haie sind. Seit ich wissenschaftlich arbeite, weiß ich, wie wichtig sie für das Gleichgewicht im Ozean sind. Das wissen die meisten Menschen nicht. In den Medien zeigen sie nur die Monster. Aber das ist falsch, das sind sie nicht. Hast du jemals Angst? Ich habe keine Angst vor Haien, eher vor Menschen. Meine hawaiianische Kultur ist mein Zuhause. Und sie hat eben großen Respekt vor Mano, also dem Hai und Erdring. Und doch bleiben wir staunend zurück, wenn sich Ocean an die Flosse eines Tigerhais hängt. Hawaii verblüfft. Und genau das ist es, was selbst Hollywood hierher lockt. Vor allem nach Kauai, der grünen Insel, die vor Natur nur so strotzt. Eddie kennt hier jeden Winkel und entdeckt doch immer wieder Neues. Das ist sein Job. Er kam vor 50 Jahren aus Kalifornien hierher und arbeitet als Location Scout für Hollywoods Filmemacher. Natur bedeutet mir sehr viel. Ich kam genau wegen dieser Schönheit auf die Insel, wegen des Ozeans. Diese Natur ist für mich so irrsinnig inspirierend. Sein Beruf macht Eddie nicht reich, aber erfüllt ihn unendlich. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, löst dieser Ort in mir unterschiedliche Gefühle aus. Ich fühle mich so winzig, so unbedeutend, verglichen mit dieser Wahnsinns Natur. Es ist jedes Mal anders, wenn ich über die Schwelle schaue. Also wird es nie langweilig? Nein, wie denn? Es ist großartig, wunderschön. Eddie sucht für Hollywood die schönsten Plätze und begleitet die Dreharbeiten. Jurassic Park wurde hier gefilmt, King Kong und viele andere. In Hollywood kennt man Eddie, der auf Kauai in einem dieser typischen Holzhäuser lebt. Eddie ist zurückhaltend, diskret, wenn es um Hollywoods Prominenz geht. Dabei kennt er sie alle vielleicht besser als viele andere. Und an seiner Küchentheke zu Hause plaudert er dann doch ein wenig. Ich habe zwei Wochen mit Robert Redford verbracht. Er ist ganz anders als Harrison Ford. Der war anhänglich, kam jeden Morgen um sechs Uhr mit seinem Kaffee hierher. Und dann haben wir Tennis gespielt. Pierce Brosnan ist mittlerweile mein Nachbar. Er kommt hierher und wir trinken Bier. Bei ihm wiederum trinken wir Champagner, weil ich mir den nicht leisten kann. Und manchmal bringt Pierce noch ein paar Freunde aus Washington mit zu Eddie. Für den 70-Jährigen aber ist die Natur größer als jeder Name. Der Dschungel, die Berge, einsame Strände. Hawaiianer fühlen sich eben mit allem eng verbunden. Mit der Erde, mit dem Ozean und dem Himmel. Was wir also von Hawaii gelernt haben auf dieser Reise? Vielleicht so etwas wie Demut, den Blick fürs Wesentliche. Wir leben an diesem herrlichen Ort. Ich habe die besten Freunde, eine tolle Familie. Was braucht man denn mehr? Wir haben gesehen, wie stark die Kraft von Visionen sein kann und wie sie beflügelt. Eines Tages werden alle auf Hawaii schauen. Hawaii hat den Schlüssel für Weltfrieden und der heißt Aloha. Wir haben auch erlebt, dass Urvertrauen in diese Welt Menschen über sich hinaus wachsen lässt. Es ist so herrlich, da draußen einfach zu versinken. Das ist Aloha für mich. Aber vor allem haben wir von Hawaii gelernt, dass die Schätze, nach denen wir suchen, längst um uns kreisen. Das ist so herrlich, da draußen einfach zu versinken.